Ganz milder Essig mit 3% Säure für Felssalat, Rucola Salate. Der wird nur mit ganz bisschen Öl verrührt, macht man dann über den Salat und fertig ist das. Da könnte man natürlich auch ein bisschen über Erdbeeren machen, über Joghurt, über Eis. 2,50 Euro. Geht's gleich so? Ja. Danke. Bitteschön. Wir haben ja mit nur ein Stückchen gekriegt. Geht ja wohl gar nicht, dass wir mal dürfen. Bitteschön. Ja, der junge Mann war da. Ja. 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 Na, ja. 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 Quindi請 al hömemberический